Ich würde nicht blinden, aber gar nicht heilen, ne? Weil Luca den gebraut hat. Ich habe einen Sideshub komplett, super. War ja schwer, scheiß Bulldozer. Passt einer da beim Kehrfecht auf? Ich werf sie aus dem Fenster raus, dann fimmst du beim Kehrfecht einfach. Ok. Ja du kannst sie genau da hinwerfen, wenn wir das gleiche machen, das ist gut. Ich komme nicht weiter, weil das ist ein Blutabücher. Ja ist aber gut. Das ist super. Nice, so sieht es aus wenn die Ziegescheiße fliegt. Liegt einfach nur vor dem Fenster. Ich lass pass auf, ich soll meinen Klo kommen. Ich bin aber bei mir nicht. Ich habe nur gerade kurz gehört. Ich fahrt keine Money mehr. Gehen wir auch neulich hier draußen mal ein bisschen über die Fritzung. Es sind ein paar Fehler beim Kehrfecht. Ich weiß. Ich komme auch gleich runter. Weil ich war noch nicht mal anstammt gewesen. Es ist jetzt der Anstammt. Es wird noch mehr. Wollst du ihn? Einfach rein der Ziege, Nick. Aber du kannst schon mal einen Ballon steigen lassen. Das das Schiff meint, dass wir alle auf einmal checken müssen, oder? Ja. Soll, ja. Boah, viel auf der anderen Seite der Brücke sind. Erstmal auf Single stellen. Eins. 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 Ohh. Sie erreichen keinen Level! Sieifen nicht. Sie Chili. Au dig記得 vom Ei hatten. Sieangen einfach voll weg aus. Aber das ist anniversary, wenn es dann mal was Mario planet. Und das hier. Ganz einfach. Wo bist du? Du, der Stimme damit! Wir sind ja schon da. Wir müssen auch geholfen. Wo müssen wir denn nachher nachher zum Anfang? Ja, das ist ja schon da. Nur noch 30 Sekunden, Leute. Ich habe den Hagen geholfen. Ich habe den Hagen geholfen. Nein. Ihr Nix fährst du? Ja, für mich. Den Hetshot den Hetshot du Hetshot den Hetshot Alle abboot! Ich kann dich ablegen ohne euch! Lapp rufen Stop! Stopp noch! Doch, doch! Gehst du hin? Letzter Marke mit! Gehst du hin? 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 We're calling back to one of us to talk very quickly. Shit, we got bad cops moving in. Real bad cops. Keep your heads down. Jero, follow me. The cops have turned the bridge. Oh, all right. Where do you get into that control room and turn it back? I need to get on the other side. Keep going! Stay back! Shut up! Shut up! Go ahead of me. How are you? I'm flying in the big guns at the cage of village. Ja, verdammt. Oh, du-du-du-du-du-du-du. Hey, hey, watch what you're shooting. Du, der Scheiße, man! Du, der Puta! Oh, er verschiebt mir, was da da oben ist. Komm auf, Blick. holt wir sind ja aufgrund nachkampen die nacht ist dauern Ey, da kann ich nicht mehr Wolken bewegt sich Lass Settner einfach, glaube ich, liegen, oder? Sollen wir Settner einfach liegen lassen, oder? Ach Gott, naja Oh, was ist das? Danke Egal Ich hab oben ein Oh, was ist das? Oh, wie kommt der Körper an? Warum hast du das Sittmeid? Ich wollte sie dort fliegen lassen. Ich glaube der Bulldozer ist drinnen und recht knapp. Der Bulldozer ist recht fertig. Gehst du schon mal ins Auto? Nein, ich bleibe. Ich muss das Auto eigentlich. Ja. Los, an der Bord! Ich glaube, dass wir das nicht überfahren können. Wow, ne? Ich habe eine Gefangenheit genommen. Oh, das ist nicht klappt. Will they say how it is done? Excellent! Nebenshop abgehört. Geh auf keinen Fall, um deine Belohnung anzukassieren. Oh, 12 Millionen gehabt. Fuck, was ist das für ein Lacher? Joa, das war's für die beiden. Bis zum nächsten Mal. Ciao!